Also, das Polizeipräsidium Aalen wurde am Dienstag letzter Woche in Kenntnis gesetzt von den Eltern, dass die Julia vermisst wird. Sie hat hier in der letzten Woche am Dienstagmorgen die elterliche Wohnung verlassen und ist nach unserem Kenntnisstand nach bewusst nicht bei der Schule erschienen. Die Ermittlungen haben dann in der Folge ergeben, dass sie um 9.17 Uhr beim Bahnhof in Kirchheim-Unterteck war. Das haben Bildaufzeichnungen so bestätigt. Wir haben dann seit diesem Zeitpunkt keine objektiven Anhaltspunkte mehr bekommen, wo sich Julia aufhalten könnte. Wir haben eine Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizei eingerichtet und haben mit ungefähr 30 Kräften der Kriminalpolizei und Schutzpolizei intensiv nach ihr gesucht und auch entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Genau, und jetzt am heutigen Tag gab es eine Suchmaßnahme im Bereich Oberlenningen. Da hatten wir auch Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz. Da haben wir mit starken Kräften nach Beweismitteln gesucht und natürlich auch nach der Julia. Und bei dieser Suchmaßnahme wurde heute ein Leichnam aufgefunden. Wir wissen es nicht, noch nicht, ob es sich dabei um die gesuchte Julia W. handelt. Die Ermittlungen dahingehend sind am Laufen und die Kriminalpolizei von dem Polizeipräsidium Reutlingen haben jetzt Ermittlungen auch zu den Todesumständen aufgenommen.